Gefeuert in der Bundesliga, wie läuft das ab? Teil 2, der Abschied und die Lehre. In den Tagen nach der Entscheidung steht man vor tausenden von Fragen. Und gleichzeitig ist von einer auf die andere Sekunde Schluss. Und das ist wirklich das Härteste. Man bringt den Dienstwagen zurück, kündigt seine Wohnung, spendet seine Klamotten und versucht noch vom Team Abschied zu nehmen. Oder auch nicht, wenn man sie nicht vom nächsten Spiel ablenken will. Ich habe beide schon probiert. Das eine Mal im Stillen, in der Nacht-und-Nebel-Aktion meine Sachen gepackt und für die Mitarbeiter und Spieler noch einen kleinen Abschiedsgruß auf die Plätze gelegt. Noch kurz mit der Familie und dem Umfeld gesprochen, denn die leiden alle mit. Dann ganz wichtig, alles abschalten. Fernseh, Handy, Radio, nichts an sich ranlassen. Aber das Abschalten war für mich noch nie so richtig einfach. Gerade mit Kindern oder auch noch anderen Jobverpflichtungen. Und es geht einem wirklich dreckig. Und du kommst nicht so richtig aus der Situation raus, selbst wenn du alles Externe abschaltest. Du analysierst in deinem eigenen Kopf die Entscheidungen. Welche Dinge hätte man anders machen können? Was war mit dem Kader? Was war die Ursache, dass die Ergebnisse nicht so passen? In Deutschland ist es mittlerweile so, dass du für alles verantwortlich gemacht wirst, aber immer weniger entscheiden kannst. Sprich, du bist teilweise nur Übungsleiter. Immer mehr Personen, die maßgeblich auf deine Arbeit einwirken wollen. Am Ende handelt jeder nach Fachwissen, Erfahrung, aber auch nach Bauchgefühl. Und zu alledem passiert immer auf dem Platz noch so viel Unvorhersehbares, dass dir die 89 Minuten auf dem Platz zerhauen können. Und dann kommt oft der Nachfolger und hat sogar noch weniger tiefe Insights zu der Situation. Und da steigt sogar der Bauchgefühlanteil immens. Aber es bleibt dabei, du sitzt zu Hause und es geht dir echt schlecht, auch wenn sich die Welt drumherum wieder weiter dreht. Und irgendwann beginnst du zu überlegen, wie geht es denn weiter. Dazu dann Teil 3. Also folgt mir, um nichts zu verpassen.